Hi, mein Name ist Nicole Erichsen. Ich bin Schauspielerin für improvisiertes Theater mit Leidenschaft. Ich bin Trainerin für angewandte Improvisationen und Theatertechniken, die aus dem ganzen großen, schönen Feld des improvisierten Theaters kommen. Und ich zeige gern Leuten, ja was zeige ich Leuten gern? Ich helfe gern Leuten dabei herauszufinden, wie sie mit Improvisationen ihr Leben bereichern können. Genau, ich vermittle meine Fähigkeiten, meine Fertigkeiten, die Dinge, von denen ich überzeugt bin, jetzt auch 2022 mal wieder beim Improhotelfestival in Nürnberg. Das wird wunderschön sein, weil nach dieser ganzen Zeit, die so hinter uns liegt, mit den ganzen Einschränkungen und den Dingen, die alle nicht möglich waren für uns, wieder mal einzutauchen in dieses quirlige, wunderschöne Kunstfeld des improvisierten Theaters. Es wird eine schöne Party geben, nette Zusammenkünfte, nette Gespräche. Und ich würde mich freuen, euch alle da zu treffen. Ich freue mich jedenfalls weiterhin nicht drauf. Bis bald!